Hier im Urlaub wird mir immer wieder bewusst, wie glücklich Frau oder Mann sich eigentlich schätzen sollte, etwas zu besitzen, was nicht selbstverständlich ist, einen gesunden Körper, eine Persönlichkeit, den Kopf und den Geist. Viele Frauen lassen sich von den Medien und von der äußeren Umgebung sehr stark beeinflussen. Hier im Urlaub wird mir das immer wieder klar, wenn ich abends ausgehe oder mich tagsüber an den Strand lege. Die vielen hübschen Frauen und Mädchen, alle top gestylt, alle extrem auf ihr Aussehen bedacht, die Beine, der Po, der Körper knackig trainiert, cellulitefrei, baufrei. Der Körperkult, so scheint mir, ist dir wirklich sehr wichtig. Nun gut, ich denke, die meisten haben sich für den Urlaub vorbereitet. Das ist häufig ein großes Ziel, welches man erreichen möchte. Im Urlaub top auszusehen, sich in knappen Klamotten zu zeigen, sehen und gesehen werden. Hart trainieren im Kaloriendefizit. Aber all das nur, um bei anderen Eindruck zu schimpfen? Um anderen zu gefallen? Vielleicht auch nur für die zwei Wochen, die man hier verbringt? Ich liebe Sport, ganz besonders Kraft, Sport und Laufen. Es werden Endorphine freigesetzt und das Gefühl danach ist einfach nur bombastisch. Die gestärkten Muskeln halten dich schmerzfrei, aufrechtgehend und sind sicherlich auch der Figur schmeichelnd. Doch was definiert hübsche Frauen? Oder vielmehr, wer bestimmt, wer hübsch ist und wer nicht? Ich bin trotz Sport eine wohlgeformte Frau mit vielen weiblichen Rundungen. Andere hirnfreien Köpfe werden behaupten, ich wäre zu fett. Zwar keine frische 25 mehr, sondern 44 und damit meine ich nicht die Hosengröße, denn die tendiert etwas in Richtung nach oben und trotzdem fühle ich mich wie eine fesche, junge Mieze. Lebensbejahend und voller Optimismus. Absolut normal und menschlich. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Auch wenn der Körper nicht mehr so ausschaut wie vor 19 Jahren, trotzdem bist du eine einzigartige Persönlichkeit. Trotzdem hat dieser Körper, den du hast, dir viel gebracht im Leben und genau aus diesem Grund hat er es verdient, gehegt und gepflegt zu werden. Er hat dich durch die Welt getragen. Er hat dir geholfen, dein Leben zu meistern. Mein Körper hat drei wunderbare Mädchen auf die Welt gesetzt. Wir sollten ihm dankbar sein, statt ihn zu bemängeln. Zudem sollten wir unseren Geist und die Erfahrung, die wir gesammelt haben, schätzen und als unser wichtigstes Gut betrachten. Damals als Kind, als Teenager hatte ich Probleme mit meiner Figur. Nur aus dem Grund, weil ich es nicht anders kannte oder nicht besser wusste. Dir wird von allen Seiten suggeriert, wie du auszusehen hast. Überall, wo du hingehst, siehst du Werbeplakate. Im Fernsehen siehst du Werbung mit gesellschaftlich genormten, wunderschönen, schlanken Frauen. Deine Familie, Freunde, Kollegen tadeln dich, wenn du zugenommen und loben dich, wenn du an Gewicht verloren hast. In beiden Fällen eine Farce. Nach welchen Maßstäben richten sie sich? An die der stigmatisierten Gesellschaft. Aber das ist nicht die Realität. Die Realität sind Frauen mit Größe 42, 44, 46, ganz besonders bei Frauen, die schon Kinder zur Welt gebracht haben. Und vergiss nicht, dein Körper hat dir geholfen, diese Kinder in deinem Bauch zu tragen, zu schützen, auf die Welt zu bringen und diese Kinder groß zu ziehen. Der Körper ist nicht dazu da, nur um hübsch auszusehen. Nein, vielmehr dient er einem Zweck, einer Aufgabe. Als junges Mädchen habe ich mich nie in ein Bild hineinzwängen lassen. Ich habe immer aus der Reihe getanzt, weil ich einfach nicht mit der Situation zufrieden oder eher unglücklich war, indem man mich als Teenager gedrängt hat, durch die Medien und durch mein persönliches soziales Umfeld. Und heute weiß ich, dass es richtig war, sich nicht dem Strom anzupassen. Und gegenwärtig hat sich daran nichts geändert. Diese Thematik ist keine Problematik mehr, weil mir bewusst ist, was für eine manipulative Gedankenmaschinerie dahinter steckt. Ich bin eine Plus Size und ich fühle mich wohl. Wir Frauen mit unserer Körperfülle, wir Frauen mit Cellulite und Schwangerschaftsstreifen, wir sollten mehr Akzeptanz üben, einfacher gesagt akzeptan, ich weiß. Aber es ist erlernbar, Deinen Körper zu akzeptieren, so wie er ist. Das soll aber nicht heißen, sich einfach damit abzufinden. Wenn Du abnehmen möchtest, weil Du Dich in einem schlankeren Körper einfach wohnab fühlst, dann tu es. Aber lass es Dir nicht von anderen einreden. Jeder Mensch hat sein eigenes Empfinden, was sein Äußeres angeht, im schlimmsten Fall beeinflusst durch Gehirnwäsche. Sei stark, sei selbstbewusst und sei gut. Du lernst aus Erfahrung, Du nimmst so viel mit im Leben. Es geht vielmehr darum, dass Du Dich in Deinem Körper wie zu Hause fühlst. Das Schönste, was Du Deinem Leben und Deinem Körper, Deinem Geist, Deinem eigenen Ich schenken kannst, ist Dein Wohlbefinden. Kümmere Dich nicht um die Meinung anderer. Nutze Deine Zeit auf dieser Welt mit Dingen, die Dir gut tun. Geh Deinem Hobby nach. Geh in einem schicken Restaurant essen, greife Dich mit Freunden oder mach eine kleine Radtour mit geöffnetem Blick für Details. Genieße auch die kleinen Dinge, denn sie machen Dein Leben großartig. Schäme Dich nicht. Beschränke Dich nicht auf Dein Äußeres. Horche in Dich hinein und entscheide, was Du in Deinem Alltag verbessern kannst, damit Du Dich wohlfühlst. Das ist der Grund, wieso Du Deinen Körper akzeptieren solltest und warum alle anderen Unrecht haben. Ich liebe das Leben. Ich schaue zu, dass ich das tue, was mir gefällt und nicht das auf andere für richtig halten. Du hast ein Leben und Du hast das Recht, Dein Leben zu führen, so wie Du Dir das wünschst und so, wie Du Dich wohlfühlst. Ende der Geschichte